Sie zieht ihr Hund auch jeden Tag mit solch traurigen Augen an, wenn sie zur Arbeit gehen? Das wird sich bald ändern. Der Fernsehsender, über den die ganze Welt bellt, kommt nach Deutschland. DogTV. 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 Jetzt bei Entertain. Der erste Fernsehsender, dessen Zielgruppe Hunde sind. DogTV wurde auf wissenschaftlicher Basis erstellt und wird von vielen Veterinären und Tierorganisationen empfohlen. Jetzt fühlt sich ihr Hund nicht mehr einsam, wenn er allein zu Hause ist. DogTV. Fernsehen für Hunde.